Hallo, hier ist Ronja und die Isi und ich sind heute auf Don't Press the Button. Das heißt, äh, nicht den Knopf drücken, ja? Da ist ein Knopf. Da wo Maria... Hier soll ich drauf drücken? Nee, 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 eben nicht. Weil sonst wissen wir nicht, was passiert. Ja, danke, dafür kommen jetzt Layser. Oh nein, die bewegen sich. Falls ihr das Spiel nicht kennt, es kommen verschiedenste Sachen. Oh Gott, das war buggy. Es kommen verschiedenste Sachen, wenn man den Knopf drückt. Und da sind wir wieder unten. Was bringen die Münzen? Ähm, das ist eine gute Frage, ich hab 55. Oh. Äh, choose a side. Ich nehm blau. Nee, ich nehm rosa. Ach so. Äh. Ich bin bei grün. Du bist bei grün? Okay. Ja. Was passiert? Ähm, die gelben sind runtergefallen. Okay, das heißt, gelb ist nicht nochmal weg. Das heißt, ich geh jetzt auf gelb. Gelb ist der sichere, der sichere Hafen. Okay. Wehe, gelb fällt nochmal runter. Alter. Ja, leider. Geh jetzt. Oh. Andere Seite. Oh mein Gott. Ich wollte gerade den Knopf drücken. Ich will auch mal den Knopf drücken. Geh auf die andere Seite. Das ist ja so easy. Geh auf die andere Seite easy. Easy. Gar kein Problem. Für uns als Parcours-Künstler. Yes. Jetzt hammer ich auf den Knopf. Wehe, was Schlechtes passiert für mich. Aber der muss grün werden. Vorher kannst du mich nicht hemmen. Ich hammer auf cool dann auf den Knopf. Warte, stell ich mich gleich oben raus. Okay. Oh, clever, falls der Laser kommt. Ja, okay. Da. Ähm, was ist das? Was steht das? Tsunami. Oh, wir müssen hoch. Ja, wir müssen hoch springen. Aber schnell, ne? Ich bin ja auch zum Glück gerade nicht runtergefallen. Das wäre ja blöd gewesen. Nein. Oh, ich auch. Oh Gott, jetzt sind wir ein. Oh nein. Oh Gott, ja. Gute Nacht, Marie. Nein. Das hat uns alle erwischt. Die eine hat es geschafft, der eine. Echt krass. Ja. Okay. Ich weiß noch welche. Was haben wir denn hier? Vielleicht kann man die Sachen kaufen von den Münzen. Ich habe 40. Was? Hungry to the ground? Hurry to the ground. Wir müssen schnell runter. Weil sonst kommt Lava von oben. Scheinbar. Oder irgendwas heißes Rotes. Oh, cool. Gehst du schon, gehst du gerade runter? Ich bin am Boden. Ja, nein. Ich habe gewonnen, da. Gewinner. Richtig, Ronja. Und zwei Matthias elf. Tja. Perfekt. Knapp. Wir haben groß. Da müssen wir nichts machen, oder? Wir haben einfach nur einen großen Kopf. Was denn Pressler Ronja steht da bei mir? Keine Haare mehr. Ah ja. Da siehst du mal. Warte, mal wie denn? Wie? Oh, so nicht. Ach so, die sind nach und nach weg? Ja. Ich glaube, die färben sich vorher. Okay. Am schlauesten ist es jetzt, hier zu sein. Aha. Ja. Sehr gut, sehr gut. Der geht weg. Geht das immer der Anliegende? Nö. Hinten. Okay. Ja, sehr schön. Geht jetzt hierhin. Wir überleben das. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, wir schaffen das alle, glaube ich. Ich bin nur noch die letzte. Und hier rüber. Ronja. Was? Oh, ich habe das gar nicht gesehen. Bei mir ist der gar nicht rot geworden. Ich schwöre es. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay, dieses Mal rosa. Nein, niemals. Rosa ist gleich weg. Nimm blau. Nein, rosa ist safe. Rosa, guck mal, ich fühle mich sicher mit meinem großen Kopf. Oh, grün ist weg. Ich bleib bei rosa. Rosa, ich habe Vertrauen auf rosa. Machst du denn eigentlich einen Fehler wie ich mit gelb? Kann man nicht einfach in der Mitte stehen bleiben, sag mal? Nee, alles ist in der Mitte weg. Ah nee, das geht auch weg. Guck, ich sag ja, rosa ist sicher. Okay. Es ist jetzt grün. Jetzt blau. Weil grün ist jetzt zweimal runtergefallen. Grün fällt nie im Leben noch ein drittes Mal runter. Oh mein Gott. Gelb war weg. Wir haben es alle gemacht. Wir haben es geschafft. Wir wären voll gut in dem Spiel. Okay, ich würde jetzt trotzdem gerne im Special Shop. Ach nee. Die lassen mich nie in den Special Shop. Oh mein Gott, du darfst nicht auf die Bienen. Bodenminen. Deine hüpfte einfach drüber. Der hat mich jetzt. Wie frech. In die Mine geboxt hat er mich. Sauerei. Feint. Ich habe übrigens immer noch einen Riesenkopf. No, ich wurde nicht gekickt. Au. Sing. Okay, aber das ist gut, weil ich wollte eh im Einkaufsladen einkaufen. Ich möchte eine... Oh, ich finde das richtige Pad. Wassermelone. Okay, mal gucken. Was für ein Pad? Man muss das richtige Pad finden. Ich habe dieses. Nein, das ist explodiert. Oh, oh. Das... Oh, sie ist weg. Und? Schneebälle. Fallen die alle auf. Fallen die aus dem Hügel? Oh ja. Oh Gott, oh Gott. Es gibt noch keine Schneebälle. Warte, was sind denn das für halbe... Was? Junge. Das ist ja eine Sauerei. Ich habe gar keinen Begriff dafür, was das ist, was hier gerade auf den Boden fällt. Das ist einfach irgendeine Art von Schneegranate. Ich weiß auch nicht. Ja. Was? Oh mein Gott. Aber ich glaube, man schafft das. Ja, ich glaube auch. Mal nach oben gucken. Da fällt einfach irgendjemand runter von oben. Okay. Oh nein. Okay. Was kommt da auf uns zu? Oh, Laser. Nein, ich bin direkt tot. Boah, die kamen so unvorhergesehen. Oh Gott, irgendwie... Schwierig. Sehr schwierig. Mein Spiel möchte das nicht. Ich drücke den Knopf. Achtung, ein großer Vulkan. Wo denn? Meintest du nicht mal, auf Vulkanen ist man sicher? Vor Vulkanen? Sollten wir nicht versuchen, auf den Vulkan zu kommen? Oh, okay. Ja, aber wie willst du da hinkommen? Ich bleib hier, auf der kleinen Leiter. Und dann geh ich hier rüber. Und dann fühle ich mich sicher. Da. Da passiert mir nichts. Ich bin runtergelaufen. Ich bin einfach da runtergehüpft. Ja. Alles klar. Da, guck mal. Ich will jetzt mal sterben. Stimmt, die sind alle da. Sind die dahinter oder davor? Ähm. Die sind... Auf jeden Fall hier in Sicherheit. Und clever. Ich hätte gerne die Münzen hier, damit es bohren. Ich wüsste... Oh Gott, was machen wir jetzt? Oh nein. Labyrinth, Ronja. Okay, immer rechts halten. Das ist die einzige Regel, die ich kenne. Damit man wieder zurückfindet. Was, wenn ich die mal links halte? Das geht wahrscheinlich auch. Man muss ja nur wieder zurückfinden. Ähm. Hier ist falsch. Hier ist falsch. Hier laufe ich im Kreis. Hier ist Blados 23. So, da ist noch einer. Ich sag, ich will sie nach einem guten Weg. So, immer rechts halten sagst du, ja. Ja, aber du bist gerade links gegangen. Das war eine taktische Entscheidung. Ach so. Ja. Das hatte ich vor. Finde ich gut. Ja. Das ist auch wichtig, dass man nicht, oh Gott, wir haben es nicht geschafft. Nein. So viel dazu. Wäre ich mal rechts geblieben, ne? Go to the other side. Do, 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 do. Ja. Drüben? Fast. Und dann holen wir uns die Münze. Ich nehm die hier. Wie viel ist so ne Münze wert? Fünf. Fünf, glaub ich. Oder fünf nur? Fünf nur. Erreiche die, äh, oh. Oh, ah. Oh Gott, hüpfen wir. Ah, man kann höher springen. Das fühlt sich ja weird. Oh, ich hab früher als Kind immer diese, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst. Da ist man mit so Gummibändern irgendwo fest befunden. Und dann kann man da hochhüpfen und da hat man so ne Matte unter sich. Und dann kann man da so Loopings machen. Das hab ich im Urlaub immer gemacht. Das fühlt sich ähnlich an wie das hier. Weil man so schlechte Erdanziehungskraft hat. Oh. Fall durch die Wolke durch. Ne, das ist nicht gut. Da war kein solider Boden unter der Wolke. Warte mal, kann man auf Wolken laufen? Nein. Nein, keiner hat's geschafft. Es ist auch. Loch in der Wand. Da ist ein Loch in der Wand. Oh, das ist einfach. Das krieg ich hin. Da seh ich mich. Okay. Kein Problem. Ja, das ist wirklich cool. Das stimmt. So. Ha. Ah, was? Wieso bin ich gehüpft? Warum Gott, ihr habt mich so schief. Ich bin nicht mit Absicht gehüpft. Der andere hat mich hochgeworfen. Ich, oh, oh mein Gott. Das ist ja riesig. Warte, warum ist da eine Rutsche? Ah, ich muss ja rutschen. Und zack. Oh. Erster. Ich bin erster. Moment, äh, ich fahre mich jetzt mit euch. Ich glaube, wir sind jetzt einfach tot. Ach so, sehr gut. Oh, okay. Nochmal! Nochmal! Ja. Warte, kann ich außerhalb der Rutsche runter sliden? Bestimmt. Nein. Oh, nee, da sterbe ich noch. Kann ich unten bremsen? Ähm, nein. Okay. Wie sich rausstellt, kann man unten nicht bremsen. Hm. Wir sind banal. Wir sind banal. Oh mein Gott. Ähnlich wie in dem Einspiel, was wir bei dir mal auf dem Channel gespielt haben, wo wir voll diese riesen Banane weggekratzt sind. Aber wir sehen richtig süß auf, die Bananen. Guck mal. Jetzt sind wir auch diese kleinen Bananen. Weißt du, so Snack-Bananen. Wir sind keine schlechte Große. Scheiße. So, Pink hat mich noch nie enttäuscht. Okay. Ich bleib bei Blau. Ich bleib bei Blau. Du bleibst bei Blau? Als einziger. Schwierige Entscheidung. Oh Gott. Scheinblätter. Mann! Pink hat mich ständig enttäuscht. Ja, das stimmt. Pink hat mich ständig enttäuscht. Ich bin unzuverlässig. Dafür bist du jetzt auf Pink oder was? Ja, ja. Ich will ja mit dir sterben. Ach Mist. Grün. Grün. Grün ist auch eine Enttäuschung. Ich sag, gelb ist solide. Okay. Bleib bei Grün. Ja, auf Grün. Ich hoffe, gelb fällt. Okay, ich sag, gelb fällt. Hasta la. Nee, Pink schon wieder. Nee, Pink schon wieder. Natürlich. Ja gut, hab Lados und ich beide gewonnen. Und Knopf. Nimm den Knopf. Ich weiß nicht genau, was mit der Rutsche auf sich hat. Das kann man nicht gewinnen, das kann man nicht verlieren. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Das erscheint mir ein bisschen wie ein Quatschding. Irgendwie schon. Du bist immer ein Hlubbermaden. Bananen. Warte, ist der noch Bananen? Du bist noch eine Banane. Ich bin auch noch eine Banane. Deswegen hab ich mich extra auf Pink gestellt, damit ich keine Banane mehr bin. Ich will endlich drücken, wann geht das endlich? Jetzt. Ach nee, nicht schon wieder der Vulkan. Entschuldigung. Ah, easy. War keine Absicht. Ja, ja, das würde ich jetzt auch sagen. Wenn ich absichtlich den Vulkan aktiviert hätte. Ja, ja. Hm. Weißt du, gegen Bananen sollte man nichts sagen. Mit denen sollte man nichts anlegen. Sonst kommen die wieder nachts zu dir und dann entführen die dich. Und zwingen dich Äpfel zu essen. Dabei weiß doch jeder, dass es Bananen superior sind und niemand die Äpfel essen möchte. Ja. Ja. Offensichtlich. Okay, Apfel oder Banane? Entscheide dich. Banane. Wirklich? 100% Banane. Ja. Ach, krass. Du nicht? Nee, ich bin Apfel. Echt? Ja, mir wird richtig schlecht, wenn ich mehr als eine halbe Banane esse. Wirklich? Ja, total. Ich hatte mal eine Klassenfahrt, da hab ich 60 Bananen mitgenommen und ich hab gefühlt nichts anderes mehr gegessen. Alles klar. Ja, aber bei uns wurde gesagt, da gibt's keine Supermärkte mit Obst und sowas. Deswegen hab ich meinen Koffer voll gehauen mit Bananen. Mit Bananen? Du hast den Koffer voll mit Bananen gehabt? Ja. Kein Mist. Okay. Was geht hier? Äh, die Wände kommen näher. Auf den Button. Auf den Button und dann hoch hüpfen. Oh, oh. Gemühen wir das? Hallo? Leben wir alle noch? Ja, wir leben noch. Oh mein Gott. Okay, ich hau noch einmal auf den Button und danach würde ich sagen, das ist die letzte Challenge. Okay, das ist mal. Auf zum Wasser, wir brennen. Oh Gott. Nein, Wasser, verbrannt, tot. Achso, wir brennen. Oh nein, ich bin verbrannt. Ciao. Oh Mist. Naja. Gut, das war's dann aber mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert Isis Kanal und abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.